Buenos Dias, Freunde, Trend Trader hier. Wir haben Freitag, es gibt ein kurzes Zwischen-Update. Nicht geplant, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Markt noch diese Woche dann so einen Pump zurücklegt. Vielleicht kurz für die, die neu dazu geschaltet haben auf diesem Kanal. Wir sind über die letzten Videos und immer wieder bin ich darauf eingegangen, dass ich denke, dass ich erwarte, dass der Markt pumpt. Und dementsprechend habe ich mich, Trading Perspektive, auf die Long Position, mich auf die Long Seite begeben. Und wenn man sich das Ganze mal wunderschön anguckt, egal welchen Coin ihr anschaut, schau mal hier mal, haben wir Support gefunden, knapp 21%. Sui pumpt sehr, sehr stark. Ich habe mir noch ein paar Informationen hinzugefügt und zwar Ende März wird es einen unfassbar großen Unlock geben von Sui. Und zwar werden eine Milliarde Sui, also roundabout aktuell, sind sogar 1,7 Milliarden Dollar, nicht 1,6 Milliarden Dollar, logisch. Eine Milliarde mal 1,69 Dollar, die Ende März an Supply auf den Markt geschmissen werden. Interessanterweise wurde das genaue Datum nicht bekannt gegeben, wer hätte es gedacht. Aber grundsätzlich sind solche Unlocks, wenn man sich in einem richtigen Marktumfeld befindet, eher bullisch zu betrachten. Warum? Weil die ganzen VCs, Seed Investor, Early Investor, wie die auch alle heißen, Private, Advisor, hast du nicht gesehen? Verschiedene Namen für die ganzen Shit da draußen. Die im Endeffekt, na klar, logischerweise, wenn sie halt einen großen Teil ihrer Coins bekommen und ich meine, eine Milliarde ist jede Menge, dann wollen sie diesen natürlich auf den Markt schmeißen. Und zwar eben nicht, wenn der Coin hier unten ist. Ich gehe mal kurz auf den Wochenchart rüber. Also nicht hier unten, sondern hier oben, logischerweise. Und ich denke eben auch hier, gerade bei Sui, 2 Dollar sind realistisch. 2 Dollar sind die, die ich erstmal anvisiere für mich, um dann zu gucken, was ich da mache. 2,50 Dollar in diesem Bereich wäre sehr, sehr geil zu sehen. Ich meine, wir haben hier, wenn wir uns diesen WIC angucken, die Hälfte vom WIC sind roundabout 2,65 Dollar in diesem Bereich. Das wäre schon nice. Ich bin schon eine ganze Weile bei Sui Long gegangen. Und das haben wir eigentlich across the board. Also wenn ihr seht, ihr wisst noch aus dem letzten, vorletzten Video, überhaupt, die meisten Coins, nicht alle wohlgemerkt, aber die meisten Coins haben sich im Support-Bereich gefunden. Entweder frisch reingekommen oder so leicht akkumuliert wie in diesem Bereich. Man kann sehen, im Support-Bereich auch Floki. Damals war das hier Widerstand. Support, 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 und dann bam. Jetzt aktuell sind wir im Widerstandsbereich. Wir haben Say oder Say ausgesprochen im Support-Zone. E&J. E&J hat sowieso eine relativ bullische Formation. Das könnte ein Bull-Flag sein. Also aktuell kann man sehen, er tut was zu erwarten oder was ich erwartet hatte. Auch hier zum Beispiel Fetch.ai im Endeffekt im Support-Bereich. Wir haben hier oben monatlichen Widerstand. Was haben wir noch? JTO, aktuell im Support-Bereich gewesen. ENS, PAM sowieso, gerade hat hier Support gefunden. Aber overall, wenn man sagt, Pepe, Support, auch hier wieder so eine Formation, die ihr habt, die relativ häufig aktuell. Auction, bin ich long im Endeffekt. Niemand weiß, wohin es ausbricht. Die Tendenz ist natürlich da, dass es nach oben ausbricht, weil wir hier oben, ja doch, das ist eine große, ist eine große, also auf jeden Fall sehr viel Ask-Orders, die hier drin sind. Also der ist einfach zu schnell, der hat sich zu schnell wegbewegt von diesem Oberen. Ihr könnt sehen, der hat sich quasi nicht wellenförmig wegbewegt, sondern quasi in einem Rutsch. Und da werden hier noch jede Menge Ask-Order drin sein, die noch gern gefüllt werden möchten, insbesondere von einem Market-Maker. Was haben wir hier? Eine Wild zum Beispiel, das könnt ihr auch sehen. Support gefunden, einen Ausbruch aktuell. Inch hat in diesem Bereich Support gefunden. Ihr könnt sehen, Higher Lows. Mina, das Gleiche, ausgebrochen. Hatte ich, glaube ich, schon vor oder vor vorletztem Video angeschaut, dass er ausbricht. Kann man sehen, hier Support gefunden. Bewegen sich, klar, logischerweise, so nach und nach an die ersten Widerstände. Arbitrum wurde ich mal, ich glaube, im letzten Video hat mir jemand reingeschrieben. Wie sieht es da aus? Also grundsätzlich, die Videos, die ich hier mache, gerade wenn ich mir zentrale Coins, also Coins, die auf zentralen Börsen gelistet sind, also die CEX, für Central Exchange Abkürzung, diese betrachte ich in den allermeisten Fällen nur aus Trading Perspektive. Nicht aus Investment Perspektive, weil für mich in allermeisten Fällen, klar, Ausnahmen gibt es, aber overall ist es für mich nicht interessant, in Coins zu investieren, die halt auf zentralen Börsen sind, weil sehr, sehr viele von denen befinden sich ja aktuell schon im Multimilliarden-Marktkapitalisierungsbereich. Die haben große Unlocks, die noch kommen, insbesondere die, die schon im letzten Bull-Ein-Run hatten. Wenn ihr mal anschaut, wann deren Unlocks sind, die sind 2024, sehr, sehr große oder auch relativ frische Coins, wie Sui zum Beispiel. Überleg mal, eine Milliarde Coins, das ist eine Wucht, das ist für Krypto unfassbar viel, sehr, sehr viel Geld im Endeffekt, wenn ich eine Milliarde mal 1,70 Dollar nehme, also da auf 1,7 Milliarden Dollar Gegenwert an Unlocks, das ist schon wuchtig. Und deswegen betrachte ich, wenn ich hier mit euch die Charts durchgehe, das sind für mich Trading-Dinge. Das sind für mich in den allermeisten Fällen keine Investment-Themen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, der hat einen Arbitrum investiert aus der Investmentperspektive, dann ist auch Daily-Timeframe für euch falsch. Da geht ihr auf den wöchentlichen, eher sogar auf den monatlichen Timeframe und betrachtet das Ganze aus monatlicher Sicht, nicht auf den Daily. Ist ja ein Investment, Investment per Definition, ist ja Längerfristigkeit. Da ist das in einigen Wochenbereich, das interessiert niemanden. Wir reden über, sage ich mal, in der Kryptowelt, ist Investment alles ein bisschen kürzer. Lasst mal, weiß ich nicht, sechs bis 24 Monate, also ein halbes Jahr bis zwei Jahre in diesem Bereich, kann man dann schon von sowas wie Investment schreiben oder sagen oder sprechen im Endeffekt. Weil klar, wie gesagt, Cryptocurrencies bewegen sich einfach mal ein bisschen schneller als traditionelle Coins. Ansonsten, ihr könnt sehen, Token ausgebrochen, DYDX, mein Gott, wie lange ich schon darauf warte, könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ist gerade dabei auszubrechen. Ich dachte, hier er wird ausbrechen, hat er nicht gemacht. Ich dachte, hier bricht er aus, hat er nicht gemacht. Jetzt, finally, ist er am Ausbrechen. Mal mit der Long-Position auf. Ihr könnt sehen, REN ist quasi mit Higher Lows. Ihr könnt sehen, diese Lows gehen immer höher, höher, höher. Pyth, einer meiner Lieblinge, kann man sehen, geht nach oben hier. Wie bereits im letzten Video gesagt, das war ja die Listing-Ankündigung, die News, dass Binance Pyth als Spot im Endeffekt listet. Was sehr, sehr, sehr gut ist, wenn Spot ist und nicht Derivatives sind. Weil klar, Derivate kann ich shorten. Spot kann ich nur kaufen oder auch wieder verkaufen. Aber er sorgt halt für organischen Nachfragen, weil die Leute in Anführungszeichen physikalisch, also wirklich kaufen. Nicht auf Preissteigerung spekulieren, wie es eben bei Derivativen der Fall ist, sondern wirklich in Anführungszeichen kaufen. Sushi, das Gleiche, kann man sehen. Ausbruchformation aktuell nach oben ausgebrochen. Bleibt abzuwarten, was wir hier sehen. Sehen wir vielleicht sowas hier und dann nach oben in den nächsten Widerstandsbereich. Der wäre nämlich hier oben, ganz klar, ist das im Endeffekt ein Widerstandsbereich. Wir haben jetzt hier nicht mehr allzu viel an offenen Ask-Order. Ansonsten, ihr seht es across the board, OP, Hire-Lows. Was haben wir hier? Rats im Endeffekt hat hier Support gefunden. Er bewegt sich quasi auch in den nächsten Widerstandszonen. Liquidity, gerade wirklich eine Kaskade von positiven Tagen. Ihr könnt sehen, das sind ja alles, bei mir sind es zwei weiße Kerzen, aber es sind eigentlich grüne Kerzen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf volle Tage und keiner spricht darüber. Solana ist ausgebrochen. Und er ausgebrochen, Support gefunden. Wenn er jetzt hier, wenn er quasi diesen Widerstand, wo er sich aktuell befindet, dann geht es hier höher. Und dann bin ich ebenfalls long. Hi-Fi oder Hi-Fi bewegt sich unfassbar langsam. Also Ausdauer pur. Den schaue ich mir natürlich an, Store-J oder Story uns auch ausspricht. Auch hier quasi ist er ausgebrochen, hat im Widerstand Support gefunden. Also ich beobachte. Beobachte beziehungsweise viele der Positionen bin ich long. Doge hat seit langem Support gefunden. Da fehlt nur ein Tweet. Agro ist wie Hi-Fi. Er bewegt sich unfassbar langsam. Sehr, sehr langsam in der Bewegung. Also Verge, XVG. Auch hier kann man unfassbar langen Akkumulationsphase, was grundsätzlich long-term betrachtet bullish ist. Wenn man sowas sieht, wie hier. Wir reden hier über around about 180 Tage, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, in dem Verge sich quasi schon seitwärts bewegt. Sowas ist extrem bullish langfristig betrachtet. Ihr habt diese Formation zum Beispiel auch bei Link gesehen. Link war auch ebenfalls zwei oder drei Jahre lang Zeitwärtsbewegung. Wenn jemand Interesse hat zum Beispiel, in Verge zu investieren, dann ist sowas Bullisches. Plus ihr investiert unter dem Bereich. Also jetzt. Nicht hier oben, sondern hier unten. Bluer bin ich long. Kann man sehen, hat Support gefunden. Shiba Inu hat hier Support gefunden. Wenn ich ein bisschen rauszoome, lass mal ganz kurz auf den Weekly Chart gucken, seht ihr das Ganze. Also es sieht Support, sogar auf dem wöchentlichen haben wir Support gefunden. Und das ist der Grund, warum ich dann eben auch das Ganze eher bullish betrachte und nicht bärisch. Weil, schauen wir uns mal ganz kurz Bitcoin an. Bitcoin pumpt. Wenn wir uns mal den letzten Chart hier angucken. Moment, ich zoome mal kurz hier rein. Erwartet, hatten wir die Deviation, die wir gesehen haben. Dann diesen Push safe in diese Zone rein. Und ja, man kann es richtig gut sehen. Wir sind safe reingegangen. Jetzt aktuell als nächstes interessant. Das ist super in Weiß, perfekt. Ist quasi das letzte temporäre All-Time-High bei 49.000 Dollar. Ich denke, wir werden die sehen. Quasi hier das Hoch. Ich zeichne es auch nochmal hier ein. Aber in anderer Farbe. So. Dieses Hoch. Ich denke, wir werden da hochkommen. Für Ethereum, glaube ich, passiert das Gleiche. Dass wir hoch in diese Zone reinkommen. Also 2.700 Dollar. Ist. Das denke ich, dass wir in diesen Bereich nochmal reinkommen werden. Und ich meine, ich mache mal ganz kurz Total noch an. Ist das alles hier, ne? Nicht geplant. Aber wir hatten es im letzten, vorletzten Video gesehen. Wir hatten den Widerstand. Bleibt abzuwarten. Und was macht denn der Kurs? Was macht denn der Chart im Widerstand? Wir sehen, wir brechen durch. Und zwar ordentlich, ne? Total, Total 2. Also jetzt ist wieder so ein bisschen Bullenstimmung. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, wir kommen hier hoch. Und insbesondere Total 3 ist für mich interessant, weil ich halt vor allem Alcoins drin bin, ne? Wo wir gesagt haben, hey, beide Möglichkeiten sind realistisch. Wir müssen abwarten, zu sehen, wohin die Reise geht. Dass wir durchbrechen, war relativ klar. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und jetzt bleibt es spannend, ne? Das kann jetzt quasi hier nach unten gehen. Und das war ein Fake Breakout nach oben. Alle erwarten, jetzt geht es zu dem Monat, gehen wir nach unten. Oder wirklich, wir finden hier Support. Wenn wir hier Support finden, oder uns dann hier quasi seitlich bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz sehr, sehr hoch, dass wir in diesem Bereich von 600 Milliarden Dollar kommen, eben für die kompletten Altcoin-Markt, ohne Bitcoin, ohne Ethereum. Das sind die Dinge, die ich beobachte. Um quasi wirklich zu gucken, okay, gehe ich auf die Long- oder gehe ich auf die Short-Seite? Wie gesagt, ich habe mich nicht ohne Grund auf die Long-Seite positioniert und lag jetzt damit wirklich sehr, sehr gut. Mach damit echt gut Geld. Bin happy, absolut. Ich meine, warum sollte man auch nicht happy sein bei solchen Charts? Wir haben manche Ausreißer, Wahnsinn. Bin ich nicht long gegangen? Schade, schade. Das ist völlig Banana-ID. Ich weiß nicht, haben die jetzt hier Heilung gegen Krebs gefunden? Verrückt, verrückt. Rune erlebt gerade einen ordentlichen Pump. Ich hatte gedacht, okay, hey, wenn wir Glück haben, komme ich in diesen Bereich rein. Ist so eine Idee, die ich habe, also eine Long-Term-Idee. Seht ihr auch von der Time-Frame relativ langfristig gedacht. Beobachte ich einfach mal, was wir hier erleben werden. Und deshalb ist das Across the Board. Wirklich Across the Board. Super zum Beispiel von Super Wars, Support Resistant. Ihr seht, seid das Bewegung jetzt aktuell im Resistant-Bereich. Und meiner Meinung nach, jetzt persönlich im Resistant-Long zu gehen, wenn man noch nicht long ist, ganz, ganz heißes Pflaster. Sehr, sehr gefährlich. Cast zum Beispiel, KES erlebt gerade einen guten Push. Außen Support Zone raus. Das habt ihr einfach überall. Also die Charts sind relativ ähnlich. Kann man hier sehen, hat er Support gefunden. Auch hier bei Audi zum Beispiel. Ein higher low, hier ein low, ein higher low. Und das ist man quasi in einer entscheidenden Zone. Jetzt wirklich kann man durchbrechen, wenn nach oben. Oder ist das nur ein Widerstand? Und wir kommen dann runter. Deswegen sage ich einfach nur aus Risk-Reward-Perspektive betrachtet. Jetzt, wenn man es verpasst hat, long zu gehen, meiner Meinung nach gefährlich. Okay. Das ist auch noch eine Frage von Risk-Reward-Management. Und meines sagt, abwarten. Bei sowas, wenn man nicht schon positioniert ist, eher abwarten und gucken, was passiert. Und dann eher sogar wirklich, wenn wir im Mittelstandsbereich sind, zu sagen, hey, wenn man unbedingt einen Trade machen möchte, dann eher ein Pullback. Und zwar auf der Short-Seite. Als jetzt spät, in Anführungszeichen spät, auf den Zug aufzuspringen. Aber ihr seht es, das ist schon spät. Wer jetzt erst anfangen möchte. Und dann mit dem Hoben-Hebel. Hut ab, Hut ab. Sehr gefährliches Spiel. Gut, das war es von meiner Seite. Nur ganz kurzfristig, gar nicht geplant gehabt. Aber ich dachte, wir erleben das nächste Woche. Nicht noch vor dem Wochenende. Aber hey, why not? Je früher ich Profite mache. Ich nehme schon langsam Chips vom Tisch. Vom Profite nehmen ist noch nie jemand arm geworden. Muss ja nicht komplett alles schließen. Hängt davon ab, wie eure Trades aussehen. Habt ihr Minus-Trades, habt ihr seit dem Drawdown etc. pp. Aber wenn ihr overall gut im Profit seid, dann kann es nicht schaden, mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Weil wie gesagt, weil wir es einfach jetzt nach und nach. Der ein oder andere Coin bewegt sich halt oder ist schon bereits. Gerade die, die halt schon im Widerstands bereit sind. Was hatten wir jetzt gerade eben aktuell? Gut, viele sind gerade am Ausbrechen. Das ist das Geile. Pithe zum Beispiel. Pithe ist immer noch, das hat man nicht vergessen, auch wenn ich bullisch für den Coin bin, ist das die Widerstandszone. Ihr seht ja Widerstand, Widerstand. Wir kamen hier auf die News nicht durch. Wir kamen hier die Tage nicht durch. Das ist Widerstand. Jetzt müssen wir abwarten, was passiert. Und weil in den allerseltensten Fällen habt ihr sowas hier. Es kommt vor, aber selten, dass er quasi durchbricht und dann sowas macht. Ist relativ selten. Kommt vor, aber ich will mich nicht auf die seltensten, seltenen Formationen oder Preis-Action konzentrieren, sondern was eher üblich ist. Und üblich ist eher dann sowas, dass ihr vielleicht hier bleibt und dann hochgeht. Und dann habt ihr trotzdem noch Einstiegsmöglichkeiten. Es gibt wirklich keinen Grund, irgendetwas, irgendwas hinterher zu rennen. Sondern wirklich, ich meine das auf dem Daily Chart-Timeframe, wo ich gerade unterwegs bin, das hat keine Eile. Jetzt kommt eh Wochenende. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Volumen ist. Aber grundsätzlich ist auch am Wochenende dann das Volumen ein bisschen niedriger. Dann genieße ich die Zeit, erhole einfach mich selbst. Sowohl physisch, aber insbesondere, trading-bedingt, emotional. Das ist in erster Linie ein emotionales Thema. Und dann bin ich quasi frisch für die nächste Woche wieder am Start. Guck, was am Montag, also was quasi passiert. Von Sonntag auf Montag, was die Asiaten machen. Und wie dann eben der Westen darauf reagiert, wenn dann die, wenn der Nasdaq dann quasi öffnet. Ich glaube halb vier deutscher Zeit. Und dann sind wir, da haben wir so eine Range für den Montag. Und dann können wir mal gucken, wie wir in die nächste Woche reingehen. Das war es von mir. Vergiss nicht Daumen hoch, Like, Kommentar, Abonnement, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Titi. Ciao.